Aloha, ich bin der Philipp Mock und ihr schaut triathlon.de Hallo Philipp, du bist das erste Mal auf Hawaii, wo hast du dich qualifiziert und wie gefällt es dir hier? Ja, also qualifiziert habe ich mich in Regensburg und ja, das erste Mal auf Hawaii ist ein Abenteuer und mir gefällt es hier einfach super. Ich sage, die Leute, die Atmosphäre und ich sage, ich freue mich schon richtig auf Samstag. Philipp, hast du den Mythos Hawaii schon entdeckt? Also was ist der Mythos Hawaii für dich? Ja, dieser Mythos Hawaii, ich sage einfach, Hawaii ist die Geburtsstunde des Triathlons und ich sage, man merkt hier, das ist kein Rennen wie jedes andere und auch die Atmosphäre hier, hier ist jeder verrückt, hier sieht man Leute hoch- und runterrennen. Ich glaube, so viel Verrückte hier in Ali-Dreifo und runterrennen findet man sonst nirgendwo auf der Welt. Also man kommt hier an und mit jedem Tag, sage ich mal, wächst diese Atmosphäre und ja, man merkt, das Rennen rückt näher. Was ist für dich der perfekte Renntag? Wie würde es laufen, damit du sagst, da sind alle meine Erwartungen, alle meine Wünsche wahr geworden? Ja, also ich sage, der perfekte Renntag, das ist immer so eine Frage. Ich sage, erstmal, sage ich mal, ist das Ziel vernünftig durchkommen und der perfekte Tag ist dann natürlich, schwimmen läuft einigermaßen, dann auf dem Rad richtig schön Gas geben und hinten rauslaufen und dann mal schauen. Philipp, dann wünsche ich viel Erfolg für Samstag und ja, dann schauen wir mal, ob wir dich nicht vielleicht nächstes Jahr als Profi hier sehen. Ja, gucken wir mal. Danke.